Hey Leute, willkommen zu einem neuen Abenteuer in Ready or Not vom Entwickler Void Interactive. Ich habe mein altes Karnevalskostüm rausgekramt und mich da reingequetscht. Jetzt sehe ich aus wie eine Presswurst. Nee, Quatsch. Das ist der Besprechungsraum. Und da ist mein Spind. Da gehen wir jetzt mal hin. Voila, da ist auch schon meine Uniform. Ja, sieht doch gut aus. Und hier ist mein Equipment. Hier ist mein Sturmgewehr, die MK18. Hier kann man dann die Aussätze ändern. In diesem Fall die Visiere. Huch, was wackelt das Ding denn so rum? Und Pistole. Und das sind dann meine taktischen Gegenstände, die Tools, die ich benutzen kann in den Einsätzen. Das ist eine Kamera, damit kann ich unter der Tür durchschauen. Schrotflinte, Schild, totaler Quatsch, Hamburg und hier noch Aufsätze. So, und da kann man natürlich Panzerung einstellen, Kevlar und dann Munition und so weiter und so fort. Also, ich bin jetzt hier im Besprechungszimmer. Hier kann man dann die Einsätze auswählen. 14 Stück sollten das, glaube ich, sein. Ja, und ich würde sagen, ich starte dann mal direkt eine Mission. Ah, hier im Krankenhaus. Und, ja, dann schauen wir mal. So, hier muss man hingehen und dann wird die Mission gestartet. Ja, so, da ist es. Das Super-Sondereinsatzkommando der Pixel-Order. Wir werden jetzt hier am Krankenhaus abgesetzt. Wie gesagt, zu Beginn, da laden wahrscheinlich Texturen und alles. Da zieht ihr auch schon sehr schick aus. Nach und dann ruckelt das am Anfang ein bisschen. Da sollte jemand sein. So, ich sag jetzt mal. So, geht da mal rein. Hey, brauchst du eine extra Einladung oder was? Was ist denn mit dir los? Aha. Okay. So, hier ist alles zerschossen. Sieht ja krass aus. Ich glaube, da liegt doch einer. Nee, diesmal nicht. Also, ich hatte schon ein, zwei Runden gespielt. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen. Gehen wir mal hin. Man kann jetzt hier übrigens die Farben auswählen. Gold ist dann das gesamte Team. Das ist dann Team Red. Und das ist Team Blue. Und den kann man dann Befehle erteilen. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Aber ich sage jetzt, dass sie da rein sollen. Mit Flashbang. Ich decke mal hier hinten ein bisschen, dass wir nicht von hinten überrascht werden. Copy that. Open Sesame. Jungens, was dauert das denn? Boah. Da fallen einem ja die Ohren ab. Achso, Entschuldigung. Da kommen sie rein, junger Mann. Ich Ach, Junge, geh doch! Pst. Scheiße. Oha. Verpiss dich. Ah ja, Schott. Ich höre hier was. Okay. So, man kann hier Türen öffnen. Auf verschiedene Weisen. Tür auftreten. Leise aufmachen und reinpieken. Oder eben einfach öffnen. Ich mache das jetzt mal hier auf die Hau-Rump-Variante. Wieso fällt der nicht um? So, ich hoffe, der ist tot. Alter Schwede, ey. Was ist denn hier los? Okay. Wieso haut der denn wieder ab? Boah. Du leckst mich am Arsch. Was ist denn da? Try again. Ja, weil das jetzt so kurz war. Das war ein Fail. Mache ich das jetzt nochmal. Ich hoffe dann, dass wir dann am Anfang erneut starten können. Am Krankenhaus. Ja, seht ihr. Hier ist das super Einsatzkommando. Der Pixel Lorde für der zweite Versuch. So, meine Freunde. Jetzt macht gefälligst. So. 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 Ey, hier wird ja überall geballert. Was geht denn hier? Ist ja ein super Einstieg schon wieder. Na, immerhin hätten wir dann schon ein paar ausgeschaltet. So, seht ihr? So. So, ich schicke jetzt meine Männers da mal rein. Am besten. Am besten mit Flashbang. Ja, Mann. So. Jetzt geht bitte alle rein. Danke. Ah, ja. Okay. So, da waren eben welche. Da würde ich am besten mal sagen, geht da mal rein. Open it. Und clear. So. Guck mal hier. Okay. So. Was? Die habe ich einfach ausgelöst. Hey, hier kannst du ja wohl essen. Ich glaube, ich spinne. Da kommt jetzt, da läuft ja gut wie noch einer. Notified trailers. Civilian ist DOA. This is talk. Affirmative entry. All the guns now now. Nein, meine Kollegen. Nein, meine Kollegen. War hier eine Tür? Alter Schwede, ey. We've got an officer unresponsive. Talk to entry team. Roger that entry team. Suspect is clean. Keep moving. But unconscious. Talk to entry team. Roger that. Medical assistance is standing by. Suspect is bleeding out. Needs medical aid. Talk to element. Ja. Clean house and we'll take them out. So, für die Asservatenkammer. Jawohl. Bitte gleich einsammeln. Waffe auch einpacken. Jawohl. So, wo gehen wir denn jetzt am besten lang, Leute? Wie viel haben wir denn noch? Quatsch mal eins. Einen Team Red und einen Team Blue. Ist ja ganz hervorragend. Dann, sage ich jetzt mal. Lock up that weapon. Absolutly. Wer hat denn da gerade gequatscht? Der Suspect has expired. Talk reporting. Roger that. Continue with your mission. So, wo ist der andere? Fall in. Coming to you, Sir. Oh, was ist das? Da ist doch einer drin. Und hier höre ich auch was. Perfekt, ey. Ist da einer drin? Geh mal gucken. Junge. Oh. Ja, Freundchen. So, lass mich bitte raus. Wo geht's denn da lang? So, jetzt nochmal gucken. Den haben wir hoffentlich erledigt. Ball in. Roger, I'm coming to you. So, wo geht's denn da hin? Da geht's hoch. Da gehen wir jetzt mal. Oh, obwohl. Alt. Wo ist mein... Wo ist der letzte Mann? Wo ist der blaue? Junge. Was ist denn los mit dir? Brauchst du eine extra Einladung schon wieder, oder was? Ball in behind me. Copy. Coming to you. Junge, hast du posttraumatisches Stresssyndrom, oder wie? Team blau. Move to dahin. Okay? Cover this area. All right. Roger that. Ja. Warum nicht gleich so? Mein Freund, brauchst du echt eine extra Einladung? Du brauchst eine Gehaltserhöhung, oder? Oh, Junge, geh doch weiter. Das ist doch... Oh, Leute. Äh, move. And clear. Okay, sehr gut. Ja, Junge. Die... Oh! Den müssen wir schnell verhaften. Checkt mal hier die Lage. Der lebt noch. So. Stay on me. On your six. Ja, bitte. On my six. Hier müsste noch einer drin sein. Nee. Einer mehr. Okay. Pass auf, Leute. Open. And clear with flashbang. Oh, okay. Toss a flashbang. Yeah, copy that. Da geht's richtig ab. Schnell beeilt euch, Leute. Es werden Zivilisten getötet. Mensch. What? Was ist... Was? Open, bang, and clear. Oh, Mann. Herzlichen Dank. Junge, ihr seid zu nichts zu gebrauchen, ey. Ey, ich brech zusammen. Ja, dann folgt mir jetzt wenigstens. The light is pulled on me. Was ist denn hier los? Was ist, das? Allo, okay. Jetzt gehen wir zu... Ich bin jetzt etwas gestresst hier, open, clear with flashbang, bitteschön. So komm, geh rein, beeil dich. Ich glaub wir sind einfach zu wenig, die kriegen das nicht auf der Reihe. Ok. Ich lebe das Ding jetzt auf und du wirst... Wieso läuft der nicht? Kann der nicht schnell um die Ecke sprinten, habe ich den jetzt erwischt? Ist das erledigt, habe ich den erwischt? Hier war doch gerade einer, da ist er. So, Waffen einsammeln. So, hier wären wir durch gewesen. Scheint ein anderer Raum zu sein hier. So, den hatte ich erledigt, das ist gut. Guck mal, hier muss echt alles... Alles muss man selber machen, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, der war clear. Der ist gefesselt und geknebelt. Hier haben wir auch alles. Hä? Leute, was steht ihr denn da rum? Ihr sollt mir ein bisschen unter die Arme greifen. Alles muss man hier alleine machen. So, hier liegen ganz viele Leute. Da liegt noch eine Waffe. Ob ich dafür Punkte kriege in Zukunft, das weiß ich nicht. Hier ist ein... Guck mal da. Die hätte ich mir eigentlich einsammeln können als... So, ich glaube wir sind hier einmal durch. Euch. Wir gehen hier noch einmal kurz rum. Mach mal Licht aus. Meine Güte, bist du doof? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht erschossen werde. Hey, was zur Hölle machst du? Ja, was denn? Da! Nimm das, du Hund! So, da gehen wir gleich mal rein. Wir checken mal gerade hier vorne noch. Folgt mir mal bitte. Check mal gerade hier. Hier scheint nichts zu ein. Hier ist alles sauber. Ja. Ja. Er guckt einfach nicht. Okay, die KI ist nicht wirklich die schlauste. Ich hoffe, dass da irgendwie noch eine KI-Verbesserung kommt. Also künstliche Intelligenz meine ich. So. Ähm. So, die habe ich dann mittels Schnelltaste belegt. Ich komme jetzt mal hinterher. So. Guck mal, ob hier irgendwo einer steckt. Ich glaube, wir sind hier unten im Erdgeschoss durch, dass wir jetzt nach oben müssen. Beatmungsgerät. Okay. Ah, hier ist wieder der Glitchy-Luftballon. Guckt euch das mal an. Hehehe. So. Öffnen. Er wurde verhaftet. Halt. Hier ist noch was. So. Kann ich die auch wieder einsammeln? Nö, ne? Das ist jetzt vorbei. Die liegen da. Die werden später eingesammelt. Okay, Babys. Dann entweder gehen wir da oben hoch oder wir gehen hinten hoch. den Raum. Weil, äh, beim letzten Mal sind wir hier die Treppe hoch und sind dann oben sofort erledigt worden. Ich würde sagen, haha, Leute. Hinten ist auch ein Aufgang. Wir gehen da hinten hoch. Hier ist die Treppe. Da gehen wir jetzt hoch, Freunde. So, dann würde ich sagen, let's go. So. Ja. Geh doch. Soll ich vorgehen, oder was? Ich hab bei dir piepst. Ja, ja. Geh ruhig, geh ruhig. Da passiert nix. Glaub mir. Oh, Leute. Was ist denn hier alles? Ich hör sie schon, ich hör sie schon. Boah, hoffentlich kriege ich die Mission hin. Mann, geh da hoch. Oho, hoho. Das. Ähm. Ja, bitte. Ja, herzlichen Dankeschön. Ich kann sich schon widerstehen, ey. Ihr seid so kack, Noobs. Boah, wenn ich jetzt um die Ecke pieke, kriege ich einen Headshot und bin am Arsch. Aha, hier liegen wieder. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Wo geht es denn hier hin? So, hier kann ich nichts einsammeln. Ich kriege ja gleich einen Herzinfarkt, Leute. Aha. Team Blau, los jetzt. Was ist denn los mit dir? Hier ist nichts mehr. Guck mal, hier ist ziemlich ruhig. So, Leute, wir machen jetzt mal folgendes. Ich bücke mich jetzt mal. Ich gucke jetzt mal rein mit der Kamera. ob hier irgendwas los ist. Also hier hinten scheint nichts zu sein. Seht ihr? Ich pique mal rein. Hm. Dann würde ich sagen... Open and clear. Copy that. Ja. Geht rein. Jetzt geht. Zählt euch nicht. Ich duck mich jetzt mal. Alter Schwede, ey. Was haben die denn hier veranstaltet? Die armen Leute. So, Junge, warum, 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 zur Hölle tust du das? So, hier kommt man anscheinend nicht durch. Ich weiß natürlich... All right, moving up. Drop that weapon and give your hands up! Ja, Leute. Was ist los? Hast du grad ne... Ne. Nicht reingehen, Leute. Nein, hab ich grad meinen letzten Mann erschossen. Meinen vorletzten. Klasse. Holy moly, ey. Das war ja mal wieder im Griff ins Klo. Ja, Leute, ihr habt gesehen. Also, da geht's richtig ab. Äh, plötzlich... Man dreht sich um. Der Kollege läuft woanders hin. Man denkt, er wäre ein Gegner. Man ballert und das war's. Ja, super. Das war ja mal... Total lost hier. Ähm, ich glaube, das wäre schon ganz klasse, wenn ich mal mit Teamkollegen das Spiel spielen könnte. Weil dann kann man sich wenigstens absprechen. Weil das ist schon ein Krampf, äh, wenn man, äh, versucht ständig seinen, äh, KI-Kameraden zu sagen, was sie zu tun haben. Sie sollen hierhin und dorthin gehen. Also, die sind ja eigentlich schon strunzdorf, wenn man mal ehrlich ist. So, ähm, hier sind wir wieder zurück dem Hauptquartier. Auf der oberen Etage. Hier steht ein Kaffeeautomat, hervorragend. Und ist ein Skistand, also Labyrinth oder Parcours. Den kann man hier langlaufen mit so Pappkameraden. Das ist ganz okay. Ganz lustig. Die stehen einfach auch nur unnütz rum. Und, äh, jetzt gehe ich mal mit euch kurz in den Keller. Ja. Hier ist der Schießstand. Unserfeuer. Seht ihr mal, den Lief vor der Waffe. Kurz nachladen. Wenn wir jetzt da unten lang gehen, haben wir noch einen Raum mit einer Person. Da kann man dann am Anfang ein bisschen üben, sozusagen. Jetzt sage ich dem, hey! Boah! No, geh weg von mir! Boah! Meine Hände sind auf! Habt ihr das gesehen? Da zackt er mir einen Mittelfinger. Ich glaube, es hackt. So. Und jetzt gehen wir hinten dran mit der Use-Taste. Können wir den dann verhaften. So, und, äh, wenn der ganz böse war, können wir dem auch noch eine... Können wir den auch noch mal kurz mit der Waffe einreindrücken. Und dann... Genau. Okay, ich dachte, er würde jetzt zucken, oder würde... So. Hier unten ist dann der Skistand. Komme ich jetzt von der anderen Seite rein? Das wollte ich eigentlich nicht. Ganz schön hell, ne? Mal nachladen. So. Ich glaube, das war's dann mit dem Labyrinth. So. Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich noch mal hoch. Ja, hier im Haupt-Office kann man sich noch mal umgucken. Aber hier kann man quasi eigentlich mit nichts interagieren. Halt, da ist was. Ah ja, der RB. Wunderbar. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwie... Beim nächsten Mal würde ich vielleicht auch noch ein neues Video machen, mal mit ein, zwei Missionen. Und ich versuche, da mal ein paar Kollegen mitzunehmen, die mich da ein bisschen unterstützen können, damit wir so eine Mission noch beenden können. Weil es ist wirklich ein Krampf, eine Mission zu spielen mit Bots, denen du ständig sagen musst, was sie tun sollen. Das ist ja dann schon sehr heftig. Aber so für den Anfang ist es natürlich sehr interessant, mal einen kleinen Einstieg in das Spiel zu kriegen. Und ja, es macht mir schon unheimlich Spaß. Es sieht super aus. Ich denke mal, mit Kollegen ist das wirklich erste Sahne, das Spiel. Ja, mit Bots eher nur so, naja, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.